So, drei. Auf geht's. Und zwei. Eins. Eins. Und zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Noch. So, jetzt muss ich meinen Lusack fallen. Drei. 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 Ich habe sehr gut an seinen Platz in seinen Platz. So, ich gehe in seinen Weg und gehe dort. Okay, das war das erste Ding, ich wollte euch zeigen. Und die zweite Sache ist etwas, das Meier nicht beschrieben hat in seiner Texte. Eigentlich, die Action, die Sie in der Bildung sehen können, wenn er den anderen Weg mit dem Pullen ist, ist nicht beschrieben in der Texte. Wir interpretieren das als eine Action, die sich in Ringen befindet, wenn er sieht, dass ich in Ringen gehen möchte, in der ich meinen Brussack und ihn wollen, und er sieht es und sagt, wow, cool, ich kann diese coolen Pushing-Action und meine Distanz wiederholen, und ich habe meinen Weapon, aber er hat es nicht, und das ist gut. So, wir gehen noch mal den Linken vor? Den Linken vor? Der Linken vor? Der Linken vor. So, was passiert ist, so, ich bin hier, und er wollte hier, so, das ist das, was ich intente, ich möchte das Weapon bringen, das ist, ich möchte das Arm bringen, und das ist meine Intention, und hier, ich droge meine Weapon, und ich möchte da gehen. Und er ist, er ist intelligent genug, zu sehen, und kann meine Fuß, und und breit meine Bellows. Und er bringt mich in die Distanz wieder. Und, ja, und für diesen, dieser, der Showing the Sun, ist, sehr gut, so, ich habe ihn hier, und er kann ihn weg, und er kann mich nicht mehr halten, wenn ich ihn da bin. Okay. Fast, oder? Und, danke. Und, du.